Was war dein peinlichstes Erlebnis? Mein peinlichstes Erlebnis war mein erstes Mal. Warum? Hat nicht geklappt. Erst beim dritten Anlauf. Single oder vergeben? Vergeben. Dein schlimmster Ohrwurm, den du hattest? Mein Ohrwurm? Der schlimmste, also der übelste, den ich nicht mochte oder wie? Den du nicht mehr losbekommen hast. Den ich nicht mehr losbekommen habe? Bandwurm? Nein, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also alles, was ein Ohrwurm ist, ist irgendwann gut, glaube ich. Okay. Was war dein größter Auftritt bisher? Mein größter Auftritt? Im Kreißsaal, als ich Papa geworden bin. Okay. Pizza Hawaii oder Pizza Margherita? Da ich nicht auf Ananas, so auf Pizza stehe, dann eher die Margherita. GZSZ oder Fußball? Fußball. Spielen. Sprayen oder malen? Sprayen. Spiderman oder Batman? Wenn ich jetzt Spiderman sage, halten mich alle für einen Spinner, deswegen Batman oder wie? Deine Meinung. Sport oder Couch? Ist die Frage nicht hier beantwortet. Sport. Langschläfer oder Frühaufsteher? Frühaufsteher. Was singst du unter der Dusche? Kaltes, klares Wasser. Okay. Hast du ein Tütchen Gras dabei? Nee. Schade. Da kommen die Jokes raus. Dein Vorbild? Mein Vorbild? Meistens vom Spiegel erzeugt. Pfeffer oder Salz? Pfeffer. Hip-Hop oder Kuschelrock? Hip-Hop. Was für eine Frage, ey. Also Kuschelrock ist auch super, ja. Alster oder Südsee? Alster. Kaufen oder Selbermachen? Wenn ich jetzt Selbermachen sage, dann halten mich alle für einen Wichser, deswegen Kaufen. Memme oder Weichei? Ja, also wenn mir da unten irgendwas zu hart vorkommt, dann bin ich doch schon eher ein Weichei so. Hamburg oder Berlin? Ja, Hamburg muss ich ja wohl sagen, sonst sind sie alle sauer auf mich hier. Nein, auch so. Also ich finde, ich war in Berlin und ich finde das da ein bisschen zu grau und zu groß. Da verläuft man sich so als Hamburger so ein bisschen. Ja oder nein? Jein. Das war eine gute Antwort. Biodynamik. Untertitelung. BR 2018